Wer kommt da? Nee, die will ich nicht. Gegen die will ich mich nicht anlegen. Nein, nicht gegen die. Nicht gegen die. Wir haben sie abgeschüttet, Sir. He he, den Kriegsschiff kannst du vergessen. Reicht allein zu sein, Sir. Kannst du vergessen. Ich bin dadurch lebensmüde. Ähm... Wollen wir es denn? Erstmal auf die Karte gucken. Okay, es ist riesig, das Gebiet. Da hinten ist unser Verbündeter. Okay. Kommt irgendwie an ein Schiff. Was ist das für ein Schiff? Ach, lächerlich. Lächerlich. Okay. Da müsste ein Größeres kommen. Okay, das ist das Kriegsschiff. Habe ich doch geholt. Keine Sorge. So. Bane. Hast du es gefunden? Okay, er hat es gefunden. Da senkt das Sklavenschiff nicht, Herr Wayne. Es ist hunderte Unschuldige an Bord. Dieser Narr. Ich bringe uns ran. Feuer! Oh oh. Alle außer Großberg. Tolles Segel. Bewegung. Feuer! Wir sind ein bisschen zu weit weg. Verdammter Captain Wayne. Jawohl. Er versenkt es, wenn er nicht aufpasst. Macht nix. Wir gehen näher ran. Feuer! Feuer! Hebt den Befehl, Sir. Feuer! Feuer! Bereit zu feiern, Sir. Oh, das war jetzt nicht so super. Feuer! 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 So. Feuer! Ja! Hey, steigen Sie nur noch. Bring uns nah ran. So, okay. Was passiert? Was passiert? Oh oh. Oh oh. Shit. Was ist denn hier passiert? Haben wir die gerammt? Alles klar. Abdrillen. Ach so. Okay. Richtig abgepasst, können wir das vor zu unserem Vorteil nutzen. Wir werden sie treffen, Sir. Auf Geilen, nehm Druck vom Baum. Fuck. Feuer! 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 Feindliche Feuer! Halte Abstand und benutze den Mörser! Diese selber hat uns getroffen, Sir. Okay, ich möchte meiner... Okay. Daneben. Daneben. Feuer! Feindliches Feuer! Achten Befehle, Kapitän! Fickt euch. Ich will zu meiner... Festung. Er soll da feuern. Komm, Festung. Mach mal was. Das hängt das Klaten-Schiff nicht, can't wait. Es sind hunderte Unschuldige an Bord. Ich weiß. Feuer! Ja, das ist die Verwundnacke! Mehr Sägelwänner! Feuer! Feindliche Feuer kämpfen! Feindliche Feuer! Ein Wrack Neuer! Ein Horde bereit! So. Ein guter Treffer könnte sie lahmlegen. Feindliche Feuer! Feindliche Feuer! Feindliche Feuer! Feindliche Feuer! Na, wenn sie vermutten Akkel! Feuer! Feindliche Feuer! Na, nur eingelven Feuer! Feindliche Feuer! Feindliche Feuer! Wir sind bereit, Sir! Fuck it, hey! Ich bin kaputt. Feindliche Feuer! Schlesegel einholen! Losegel setzen! Ich los ihr faulfelzer an die Schoten! Vorsicht, Kenway! Wir wollen das Schiff kapern. Nicht versenken. Nicht kaputt, ja. Shit. Ach ja, weil ich da festgegangen bin. Aber mit den Fortschritten ist in Ordnung. Das hilft mir. Das ist gut. Genau, jetzt ist das Schiff wieder voll. Genau. Habe ich vor. Habe ich vor. Bereit zu feiern, Sir. Auf große Distanz ist der Mörser ideal. Ich bin bereit, Sir. Ich krieg dir nicht. Vorsicht, Canway. Wir wollen das Schiff kapern. Nicht versenken. Feindliches Feuer. Das haben ein paar Becken eingebüßt. Aber es hält noch. Shit, ich möchte noch so ein Schiff. Ich möchte es kapern. Feindliches Feuer. Das war ein Treffer und das war's. Wir sind schwerer. Feindliches Feuer. Sie feuern, Sir. Okay. Was ist denn das? Ach, das Scheißschiff. Ach, fick dich doch. Ja. Ach, nein, ey. Nein. Ich brauch, glaube ich, vielleicht ein besseres Schiff. So viel Segel, wie ihr könnt habt. Finde diese Pasta an der Kette-Way. Ich bring die Kerle um, die weißen Versenken. Bleib wohl. Denk daran, was wir vorhaben. Wenn wir das vorhaben, können wir das vor zu unserem Vorteil nutzen. Halbes Segel, fangt etwas Wind ein. Bereit. Wie ist das gedreht, ist das Schiff? So. Ich krieg der nicht. Feindliches Feuer. Wir haben zu viel Feuerkraft, Captain. Zurück. Mach ich doch. Wie kann uns das treffen? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Feindliches Feuer. Lass uns nicht rammen, Captain. Konzentrier dich aufs Ruder, Captain. So. Shit, ey. Ich muss unbedingt einen kapern. Ein Schiff. Feuer! Ja! Schieß da hin, Sir! Feuer! Da ist ihre Schwachstelle. Feuer! So. Das hängt das Grafen-Schiff nicht in den Weg. Es sind wunderschuldige an Bord. Ich weiß. Ich weiß. Feuer! Feuer! Hoben getroffen! Ich bin kaputt. Das sind viel zu viele. Ey. Das sind viel zu viele. Ohne Scheiße jetzt, ey. Fortsetzen. Finde diese Bastarde, Captain Roy. Ich bring die Kerle um, die mein Schiff versenken. Bleib ruhig, Frau. Denk der Rattensumro. Getast. Können wir das Wort zu unserem Vorteil nutzen? Feindliches Feuer! Feuer! Da ist sie am Schmächsten Feuer! Hinter dir! Feuer! Ich muss taktisch fahren. Sie präsentieren sich uns. Feuer! Was sie dafür bezahlen? Feuer! Da ist sie am Schmächsten. Feuer! Feuer! Feindliches Feuer! 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 Ja, Captain. Feuer! 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 Sie will uns rammen! Die rammen mich gar nicht. Feuer! Er hat uns voll erwischt! Feuer! Die Präsentiven klucken eine Menge Blei! Soll die Habsägel raffnieren! Okay, komm. Alle Segel, sie versreicht das! Weg hier! Natürlich! Los ihr Faulfälzer an die Schurten! Das hängt das Sklavenschiff nicht, Kenway! Es sind hunderte Unschuldige an Bord! Ich weiß. Ich weiß. Komm, geht doch weg! Machen. Ich bin tot. Gibt's nicht. Ich krieg ja noch nicht mal einen Schiff versenkt. Ey. Wie hilft mir das vor? Das vorhilft mir gar nicht. Er hat uns voll erwünscht. Wir sind bereit, Sir. Feuer! Hebt den Befehl, Sir. Feuer! Daneben. Gegnerfeuer! Vorbei. Sieht ihr weg. Das Einzige, was mir wahrscheinlich helfen kann, sind diese kleinen Bötchen, ne? Sie darf uns auf keinen Fall rammen, Käpt'n! Feuer! Ja! Verdammt, bist du verrückt, Käpt'n! Das hängt das Grafenschiff nicht, can't wait. Es sind hunderte Unschuldige an Bord. Ich weiß. Ich weiß. Gegnerfeuert! Lass sie uns nicht rammen, Käpt'n! Feier! Kurs wechseln! Wir laufen auf Grund, Käpt'n! Warten auf ein Zeichen, Käpt'n! Du reißt uns in Stücke! Feuer! Feuer! Er reibt zu Feuer! Wir gehen ihnen in den Weg, wenn sie uns rammen will. Die Verlaben sie uns! Ich bin kaputt. Ja. Ah, shit! Da hab ich schon das vor, ey, und dann reise ich trotzdem nix. Wie soll ich anders vorgehen, ey? Mach, Segel! Finde diese Bastarde, Käpt'n-Way. Ich bring die Kerle um, die mein Schiff versenken. Denk daran, was wir vorhaben. Ja. Richtig abgepasst. Können wir das Rohr zu unserem Vorteil nutzen. Feuer! Feuer! Ihre Fahrstelle ist ungeschäft! Gewicht, Chief! Auf dein Zeichen, Käpt'n! Feuer! Feuer! Gegner, feuern! Wir müssen hier vorne hinkommen. Mein Schiff ist viel zu schwach. Du musst ausweichen! Sie will uns rammen! Wer will uns rammen? Niemand ist so in der Nähe. Genau, Attacke. Als ob die uns rammen können. Ach, hässlich! Kenway, die wollen das Schiff kappern. Nicht versenken. Die davon noch keinen Fall rammenskappen. Wurden getraut, die Schaff! Ach, fick dich doch, du hässliches Schiff. Feindliches Feuer! Kack, Schiff, ey. Ja, gut, ey. Ist nicht mehr zu glauben. Die dümmste Mission, die ich je gesehen habe. Ey. Ein. Ich muss aufrüsten. Ich muss aufrüsten. Noch weiter.